So, und jetzt gehen wir mal durch unsere Tür, die wir ja vorhin freigelegt haben, ohne dass wir hier die Aufmerksamkeit der Spinnen auf uns ziehen. Obwohl, die haben wir sowieso schon. Aber ich hab keinen Bock auf die Mistfächer. Komische Musik. Oh. Komm, Ada, wir beeilen uns mal. Nicht, dass uns hier gleich noch die Decke auf den Kopf fällt. Da trau ich dem Spiel zu, ja. Oh, da ist ein Regal, da ist ab und zu was Nützliches nicht drin. Oh, was haben wir denn hier? Das ist eine Untergrundsbahn. Control Panel for SkyTram. Will you turn the power on? Yes! Ich hab irgendwie ein ganz blödes Gefühl. Beginn mal rein. Ich hab ein blödes Gefühl. Ich hoffe, ich kann hier jetzt abspeichern. Äh, wo fahren wir jetzt hin? Da, Fug! Nee, dafür verschwende ich doch nicht immer ne schönen. Das nenne ich arm. Das nenne ich arm. Mensch, Ada. Ist es weg? Oh Gott. Wenn das, wie ich jetzt draußen auf uns warte, dann hab ich erstens ein Problem. Und zweitens, ich schließe mir noch ein bisschen. Die schöne Polizei-Uniform. Gott, ich will da nicht raus. Alles durchladen, was durchzuladen geht. Aber ich habe ein Highlight. Ich habe ein rot-grünes Spray, das wird mich vor allem... ...beschützt. Von wem erzähle ich das? Erzähle ich wahrscheinlich nur mir selbst. Okay, was haben wir da? A flare gun. I need something to ignite it. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich damit anfangen soll, oder wieso. Vielleicht kommt der ja schmiert das große Monster, und ich kann so richtig... ...bam, voll in die Fresse. Zombies! Nee, das war... Genau, Ada, schießt mal. Hey, da. Danke. Er lebt noch. Wo sind die? Ich weiß auch nicht mal, wo ich hier richtig bin. Das sieht alles so gleich aus. Okay, Scherz beiseite. Sieht natürlich nicht alles gleich aus, aber... Ich höre doch da was. Ach, Ada, du schießt auch mal. Ada, der gehört dir. Da. Da ist er. Da ist sie so. Schieß. Schieß. Schieß, schieß, schieß. Wird ich vielleicht Platz machen? Danke. Adalein, Adalein, du kleine... Oh, der lebt noch. Ada, der gehört dir. Oh, Ada schießt bloß nicht. Oh, ich werde mal weg. Gut gemacht, kleines Mädchen. Oh, Green Herbs. Eins nehmen wir mal mit. Ada. Ada. Ada, schießt. Okay, da ist eine Leiter. Ja, ich gehe einfach mal nach oben, in der Hoffnung, dass da oben keine Zombies sind. Ich mag Zombies. Sie sind so herrlich blöd. Okay, wo bin ich? Ah, Schreibmaschine. Und eine Kiste. Heilspray habe ich da auch gesehen. Erstmal das Valve weg. Dann... Das weg. Das packen wir auch weg, weil wir gehen nochmal nach unten. Das andere Heilspray holen wir uns gleich noch. Aber unten ist ja auch noch ein grünes Kräuterle. Und das hätte ich noch ganz gerne. Achso, Madame Ada meint jetzt akkurat mal einfach nicht mehr hier zu sein. Na, dankeschön. Habe ich eigentlich eine Map? Mehr oder weniger. Okay, das andere war eine Sackgasse. Okay. Ach, ich wollte ja. Kriss mich nicht. Du Banane. Ja, ich möchte nach oben. So, und jetzt werde ich auch gleich mal abspeichern. Sicher ist sicher. Ich habe keine Lust. Schon wieder irgendwie... Fast eine Stunde. Naja, übertrieben gesagt. Zumindest habe ich... Halt, da sind noch Shells, wenn ich das richtig gesehen habe. Machine Control Panel. Ja, das ist mir gerade wurscht. Shotgun Shells. Immer mitnehmen. Oh, was ist das? Magnum Bullets. Oh, yeah. Dann können wir die Magnum ja gleich mal durchladen. So, erstmal jetzt die Magnum durchladen. So, können wir jetzt auch beides wieder weglegen, weil momentan brauche ich sie nicht. Hoffe ich. So, ein Ink Ribbon brauche ich, weil Speichern und sowas... Und dann geht's weiter. So, und jetzt legen wir die Ink Ribbons wieder weg. Jetzt haben wir ja nach Adams Riese noch zwölf. So, dann gehen wir doch... Habe ich eine Map? Nein, ich will nicht Konfiguration. Ich will nur Map. Nein, ich habe keine Map von diesem Ort. Dann gehen wir da durch. Ist ja gespeichert. Also von daher brauche ich jetzt erstmal vorläufig keine Sorgen mehr zu machen. Irgendwie stimmt hier was nicht. Oh, halt. Eine Map. Factory Map. Ja, natürlich. Ich take sie. Mal gucken, wie groß ist denn das Gebiet. Die wollen mich verarschen. Jetzt habe ich von hinten schon gesehen, dass da was Rotes ist. Ich beschleicht aber ein ungutes Gefühl. Ich glaube, ich weiß nämlich, was da passiert, wenn wir diesen Zug nehmen. Und genau deswegen decke ich mich jetzt an, weil ich meine, mich noch erinnern zu können, dass da ein Gegner war. Also ein großer Gegner. Erst gesagt, ein Gegner, der sehr, sehr many, many aushält. Es scheint, dass ein Kontrolldevice für die Turntable, also ein Keyhole. Also ist der Keyer in Zeit. Gehen wir doch einfach mal rein. Ach shit, jetzt habe ich gar keinen Platz dafür. Verdammt. Oh, ein Klo. Auf dem Klo liegt Magnum-Munition. Ja, jetzt habe ich natürlich die Arschkarte gezogen, weil ich keinen Items-Slot mehr frei habe. Ganz ehrlich, Leute, da kriegst du doch die Krise. Na gut, das ist nicht weiter tragisch. Dann werden wir einfach... Ähm... Jetzt muss ich mal... Oh, da bin ich zu weit gelaufen. Was legen wir jetzt dafür ab? Weil wenn da wirklich der Gegner kommt, den ich denke, der da kommt, brauchen wir auf jeden Fall Munition ohne Ende. Aber ich meine Magnum dürfte ausreichen. Ansonsten nehmen wir mal unsere... Ich bin doch nicht bescheuert. Ein High-Spray reicht vollkommen. Weil das Ferram-Spiel ist ja auch nach einem Bosskampf, kommt immer meistens ein Safe rum. Also von daher nicht weiter tragisch. Vorausgesetzt, wir schaffen den Kampf, obwohl wir haben eine Magnum. Hallo, wir haben eine Magnum. Also von daher dürfte das nicht so das Problem sein. C-Panel-Key. Yes. Und damit gehen wir jetzt nach draußen, machen das Ding an. Und dann passt das. Ich hoffe, dass das wirklich reicht. Besser Keyhole. Ja, und wir haben einen Schlüssel. Yes. Alle Mann einsteigen, die wilde Fahrt geht los. Äh. Ja! Ja. AIDA! AIDA! Kannst du mich hören? Komm schon, raus! Okay, mit der Mangelung. Dann kommen wir mal outside, wie bla 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 bla. Oh, und dann auch noch limited time, ja wundervoll. Oh, oh. Wer wir... William? Du bist hässlich. Alter, dir wächst da was aus dem Kopf. Oh, hast aber schöne Nasenpopeldinger. Hast du überhaupt ne Nase? Woah! Oh! Okay, an der Seite sollte ich nicht mehr an ihm vorbeigehen. Ist er da? Oh! Oh, das war nicht... Oh! Habe ich dich? Yes! Okay, das heißt, er braucht ein ganzes Magnum-Magazin auf alle Fälle. Puh, jo 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 jo. Gut, dass wir uns einen Dingsen-Highspree mitgenommen haben. Nein, das nenne ich mal. Besiegt in Wrecker-Time. Aber das war nicht der End-Boss. Das ist das Schlimme daran. Zumindest war das jetzt nicht der End-Kampf. Das wäre schön gewesen.